So, jetzt reicht's. Das ist doch voll langweilig. Hey Leute, ich glaube, ich habe eine cool Idee. Erzähl. Was würdet ihr davon halten, wenn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer für uns endlich mal eine coole Homepage kreiert, wo es mal nicht mehr langweilig ist, drauf zu gucken, wo es eigentlich keinen Bock mehr macht, zu surfen. Also mir ist auch gerade langweilig. Und wie genau stellst du dir das vor? Wir könnten so etwas wie eine Castingshow machen. Das wäre doch mal eine coole Idee. Das heißt, wir suchen die kreativsten Köpfe von Hamburg. Viele Leute bewerben sich bei uns, haben Vorschläge, Tipps, Ideen, wie sie unsere Homepage gestalten wollen. Und dann laden wir die drei kreativsten Köpfe, also vielleicht euch drei, zu uns ins Studio und lassen danach die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden, wie unsere zukünftige Homepage sein soll. Und der Gewinner darf zu unserer Homepage gestalten. Genau. Ganz einfach. Dann habt ihr die Möglichkeit und vor allem die freie Hand zu gestalten, zu verwalten, wie ihr Lust und Laune habt. Und wir mischen uns wirklich nicht ein. Wir suchen die kreativen Köpfe aus Hamburg und Umgebung. Schicken uns eure Vorschläge und zeigen uns, was ihr drauf habt. Mehr Informationen gibt es natürlich auf orientalnight.tv Und bis zum 27. März habt ihr Zeit, euer Können unter Beweis zu stellen. Freuen uns! Ja! Ja! Ja!